Pergolux bleibt Innovationstreiber. Pergolux ist bereits die beliebteste Pergola-Marke weltweit. Aber das war uns noch nicht genug. Mit der Serie 2 stärken wir unsere Position als Marktführer erneut und setzen Maßstabe in Bezug auf Stabilität, Robustheit und eleganten Design. Ohne die bewährten Vorteile von Pergolux zu verlieren, haben wir die Serie 2 entwickelt. Die Fortschrittliste Pergola für Ihre Outdoor-Lösungen. Dank der verstärkten Aluminiumprofile bieten alle Pergolux-Modelle jetzt bis zu 40% mehr Stabilität. Das bedeutet, dass unsere Produkte jetzt nach höheren Schneelasten und einer stärkeren Windbelastung standhalten können. Das von uns entwickelte Rain-Lux-Entwässerungssystem sorgt dafür, dass Sie das ganze Jahr über unter einem wasserdichten Dach sitzen. Mit unserem eigenen Snapfit-Montagesystem können Sie jetzt Zubehöre wie Screen-Rollos und Heizstrahler in wenigen Minuten nur anbringen. Auch wenn das Aussehen nicht alles ist, sind wir stolz darauf, dass wir bei der Serie 2 keine Kompromisse zwischen Ästhetik und Qualität machen mussten. Im Einklang mit dem typisch skandinavischen Stil von Pergolux bleibt dieses Redesign mit seinen einzigartigen Lamellen und der eleganten Ästhetik unseren Prinzipien treu. Mit einer Pergolux-Serie 2 erhalten Sie nicht einfach nur eine Pergola. Sie verwandeln Ihren Außenbereich in ein faszinierendes Designmeisterwerk. Wenn Sie noch unsicher sind, können Sie sich beruhigt auf die Erfahrungen von über 25.000 zufriedenen Kunden weltweit verlassen. Besuchen Sie uns heute auf pergolux.de und lassen Sie Ihre Autoträume wahr werden. Pergolux. Wir machen Träume möglich. Pergolux. 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 Pergolux.